Dieses random ist auf enthält unbearbeitete Szenen zur Vergangenheit, die zum Teil lustig sind oder noch nicht, anscheidet selbst Musik ab, aber klingelt da keiner. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr rückwärts in offenen Katzen mit drei Beinen. Ey, die Musik ist so episch, Alter. Die ist richtig, ich weiß nicht, woher man viel das sieht. Alter, wir sind gar nicht ganz schön scheiße. Da ist er! F*** dich! Aber er hat keine Aktion genossen, deswegen. Er hat nie die Rückhand seiner Eltern gesehen. Ich auch nicht. Nee, ich wirklich nicht, ich brauchte keine Rückhand. Ich hab das immer von vorne mit der Faust! Und den Daumen, den hab ich in meinen Arschloch gesteckt bekommen. Oh Gott! Wie so ein Korkenzieher. Platsch! Wie an der Lenkraketenwerfer? Nicht dein Ernst! Oh, meine Mission steht fest, Alter, ein Lenkraketen-Key. Dann steht da einer. Kannst du natürlich für ihn anhören, dann kommst du ja richtig schnell. Der ist AFK! Jawoll! Wow! Jawoll! Der hat aber schon ein Schild, das heißt, der war nicht AFK und äh, ne? Hast du jetzt mit'n... Der ist immer noch nicht tot nach zwei Schuss! Scheiße, Mann. Ja! Ich hoffe, ich werde... Ja! Nein! Achtpunkte! Uh! Hilfe! Okay, nice. Easy. Warum machst du das?! Keiner hat dir gesagt, du sollst den doppelten Rittberger vollführen! Komm, du kleiner Hu... Das darf man nicht sagen. Keine Ahnung, was ich gegessen hab. Ich war halt heute noch nicht kacken. Oh, scheiße, Mann! Ohohohoi! Sau! Lass ihm in Ruhe! Ja! Ich rette dich! I save you! I have my spray away! And you make me wish that feel! Jetzt. Wär zu geil, wenn wir nicht fahren können. Ja, gut! Pflaster da hin! Pflaster da hin! Dann näht das doch schon! Ja, sieht doch schick aus die Karre! Aber na gut! Äh, ich hab'n Stein gefunden! Nein! Du Hurensohn! Du Brüder Spasti! Mit Kohlefaser! Ich bin alergisch auf Kohle! Da liegt grad... Ja, ist ja gut, ich bin ja tot! Alter! Meine Fresse ey! Ist doch gut mit denen ey! Amesis! Ja, ne? Meinst du, er spielt auch Star Trek? Ohohoho! Ohohoho! Der war... Der war wieder Bad! Der war Bad, ey! Der war Bad! Dabei sitzt du auf'nem Bad, ey! Der war offen.. Du hast erst mal den Rückrat gerät! Ne, ich hab nur gespürt! Jetzt tropf ich dein Bett vor, du Wichser! Du Laufel! Hier! Hier! So! Das ist ein Offenwechsel! Ich hab jetzt dein Bett verdient, ja! Ja! Ich hab jetzt dein Bett verdient, Alter! Ich wollt grad sagen, wie's ganz schön short ist, aber trinkst du Cola, Alter! Ja, er hört auch nicht auf, Alter! Er hört einfach nicht auf! Mann! Und das Leben muss ich auch noch erleben, Alter! Bett musst du jetzt dran glauben! Scheißegal, da ist alle drauf! Wichse, Schlammer! Scheiße, Pisse, Hundekacke! Übrigens, hier ist noch ein Sperrwaffe! Lieber, ja, auf jeden Fall, der ist blau! Ich weiß, ich bin auch ein Schlumpf, ich wächst, Schlumpfwichser! Ich bin derjenige, der immer hinter den Tresen steht bei einer Kugel Eis von dem Schlumpfeis, der immer schön einfach voll drauf spürzt! Arnektodachtziger Rheindeutsche Pongda haben uns gefährt zum Sieg! Wir waren leider nicht siegreich! Jetzt müssen wir leider eine Niederlage einstecken! Fuck you all! Nein! Komm, du kleines Stück Müll. Er will einfach nicht. Ihr kleinen Dick! Ihr Fleischfläche-Produzenten! Wie könnt ihr sowas mir antun? Ich bin jung! Ich kann das nicht! Komm schon! Komm, Buddy! Komm, Oberarme! Oberarme! Oh, ne... Nein! Ja! Scheiße! Scheiße! 25 Punkte! Schwanzlutschner Uhrensohn! Ich fick deine ganze Generation und ich sie ausgraben muss! Ich werde dich heimsuchen in deinem tiefsten Fickenfenster! Ich mach alles kaputt! 1921! Fick das! Okay, I'm going into this! Ja, schön, ne? Selber schuld. Ich hab gesagt, ich geh vorher auffacken. Und was, wenn wir, dass hier drinnen einer ist? Wieso killt er mich? Das ist lyrisch gesehen ne Bugpfeife wert. Boss, dankeschön für das Gold... Boss, dankeschön für das Gold-Betterpack. Ich hoffe mal, dass war das jetzt hier noch nötig. Wir sind gleich auf jeden Fall wieder da. Ja. Ich muss mal kurz hier an meinem Boss kontaktieren. Schöne Aussicht, ne Kumpel? Ja, da macht keiner was. Idiot, ey. Wir haben verloren, Boss. Was sagen die dazu? Krrk, krrk, krrk. Scheiße war's. Krrk, okay. Alles klar, die Russen sind mal wieder im Vorteil. Die hatten bestimmt ihren Zaubertank dabei. Vodka. Ah ja, ich hab ja ne PDW-Metal. Mein Gott, da sind Nester. Nein, Quatsch. Das gab mal wirklich so'n Vorfall. Da hatte ne Frau am Rücken so'n Kratzen und da war wirklich ein Spinnennest. Das ist eklig. Ich find sowas eklig. Oh, wie viele P, ey. Der ist ja größer als meiner. So. Wir... Ah, okay, komm. Wir verlassen uns zum Lobby. Der 5 war größer. Ich will gar nicht wissen, ob du jetzt von deinem sprichst oder von dem deines Vaters. Aber meiner ist doch nicht gesehen. Oder von... Dein Bruder. Ah ja. Okay, gut. Darauf sind wir uns einig. Bis zur nächsten Folge von Netzschmier die Butterpfurtbrot. Haut rein, tschüss. Tschüss.